Kenny Veach war ein leidenschaftlicher Wanderer, der 2014 irgendwo in der Wüste von Nevada spurlos verschwunden ist. Doch was macht seinen Fall so besonders? Im selben Jahr seines Verschwindens kommentiert er ein YouTube-Video über die Area 51 und berichtet dort von einer versteckten Höhle. Diese Höhle hat auf Veach einen verstörenden Eindruck hinterlassen. Als er sich dem Eingang näherte, soll sein gesamter Körper vibriert haben. Und je näher er der Höhle kam, umso stärker reagierte sein Körper. Aufgrund dieses Phänomens entschied er sich dagegen, die Höhle zu betreten. Er beschreibt den Vorfall anschließend als einen der angsteinflößendsten Augenblicke seines Lebens. Und das, obwohl Veach schon eine schier unzählbare Anzahl an Höhlenformationen kennengelernt hat. Doch im Internet werden misstrauische Stimmen laut. Niemand will seinem Erlebnis Glauben schenken. Und die YouTube-Nutzer fordern von Veach einen Beweis. Und den will er erbringen. Was ihr hier seht, sind die letzten Videoaufnahmen vor seinem rätselhaften Verschwinden. Ich suche eine cave, die ich gefunden habe. Und ich hatte nicht einen Seitearm, als ich hier war. Und etwas über das Cave spügt mich. Von all den Caves, die ich in den ganzen Höhlen bin, habe ich in den Körper vibriert. Die closer ich mich zu it, die viel mehr mein Körper fühlt. Und ich dachte, okay, ich werde nicht in den Moment gehen. Aber ich werde wieder zurück. Und ich habe gesprochen, die Leute auf YouTube. Und ich habe gesagt, hey, ich komme aus hier. Ich weiß nicht, ob es irgendetwas gibt, aber es könnte interessant sein. Wenn ich es finden kann, muss ich es wiederholfen. Und das ist eine große Mautenränge, wo ich bin. Die Höhle scheint unauffindbar. Weil ich viel auf und auf zu tun habe. Denn wenn du es tust, wirst du nicht mehr herauskommen. Trotz dieser Warnung plant Veach kurz darauf erneut eine Wanderung mit Übernachtung durch die Wüste Nevadas. Mit dem Ziel, endlich den Höhleneingang zu finden. Es sollte seine letzte Tour werden. Er kehrt nie zurück. Kurz nach seinem Verschwinden formiert sich ein Team aus Freiwilligen, die die Suche nach dem Vermissten aufnimmt. Der Trupp kann schließlich das Handy von Veach in der Nähe eines Minenschachtes sicherstellen. Doch vom Hobbywanderer fehlt bis heute jede Spur. Was mit Veach passiert, es konnte nie geklärt werden. Eventuell wurde er von Wildtieren wie Klapperschlangen oder Giftspinnen angegriffen. Oder ist irgendwo in einen Minenschacht gefallen. Vielleicht aber hat er auch die sagenumwobene Höhle wiedergefunden. Und der YouTube-Nutzer LemmyKillmister sollte Recht behalten.